Hallo, Frau Mischnik! Bibi! Das ist aber eine Überraschung! Elea? Elea, komm doch mal her! Sie ist mit Ezechiel irgendwo zwischen den Kochbüchern, die müssen alphabetisch geordnet werden. Elea! Bibi! Mano, ist das toll! Wieso hast du denn nicht vorher angerufen? Weil es sonst keine Überraschung gewesen wäre. Du siehst toll aus, Elea! Super Haare! Panikum, Panikum! Ist Ezechiel unguckelig? Schmaguffel schütteln! Aramba, schulé! Hallo, Ezechiel! Überhören kann man dich ja nicht. Du bist der lauteste Vogel, den ich kenne. Was sind Schmaguffel? Flügel. Du sollst ihnen den Flügel geben. Äh, die Hand schütteln. Aramba, die Bloxy ist nicht lieb zu eurer Tröster, euer Prinzessin Elea? Tut mir leid, Ezechiel. Ich wollte dich nicht beleidigen. Wie geht es dir? Es muss ja. Prinzessin Elea Iluanda gehorcht mir manchmal nicht. Aramba, tschulé! Er will, dass ich Arambolisch lerne. Wo es dieses Land doch gar nicht gibt. Und zu dichten hat er auch angefangen, Bibi. Zalibogus Eulenei, Tränenwasser fluppt vorbei. Tröster, Eule, quetschulieb, traurig, nix mehr übrig blieb. J.J., gut getröstet? Gar nicht übel. Und ihm fällt jeden Tag was Neues ein. Dabei bin ich doch schon getröstet. Trösten kann ihn Zechiel nie genug herren. J.J. Es ist halb eins. Willst du mit uns nach oben zum Essen kommen, Bibi? Es gibt Bratkartoffeln mit Spinat und Spiegelei. Nullo Klauberklöße, Nullo Pluderpudding. Aramba, tschulé! Aramba, tschulé! Aramba, tschulé! Aramba, tschulé! Aramba, tschulé! Aramba, tschulé! Vielen Dank.